Nach dem tragischen Tod von Cobra-Elfstar Christian Oliver und den Zweithöchtern, spricht Jesia Klebser über ihre Gefühle und unfassbare Hassnachrichten, die sie erreichen. Witwe von Cobra-Elfstar, ich weine auch und schreie manchmal. Der Schmerz, den Jessica Klebser, 50, jeden Tag ertragen muss, lässt sich nicht in Worte fassen. Am 4. Januar 2024 sind ihre zwei Töchter und der Vater der Kinder, Christian Oliver, 51, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Über diesen unfassbaren Verlust hat die Yoga-Lehrerin nun im Podcast Messi von Christina Eppelgeit, 52, und Jamie Linzikler, 53, gesprochen. Da ihre Töchter miteinander befreundet waren, wurden auch Jessica Klebser und Schauspielerin Christina Eppelgeit Freundinnen. Darum findet sie im Podcast offene Worte und gibt einen Einblick in ihr Seelenleben. Die Leute sagen immer, ich sei so stark, das verstehe ich gar nicht. Ich weine auch und schreie manchmal, gibt sie zu und fügt hinzu. Früher dachte ich, stark zu sein bedeutet, alles alleine zu machen. Heute finde ich, stark zu sein bedeutet, verletzlich zu sein. Jessica Klebser, Hassnachrichten und unglaubliche Vorwürfe Der unfassbare Verlust ihrer eigenen Kinder Madita 12 und Anneg 10 und ihr Umgang damit stößt bei manchen auf Unverständnis. Dass Jessica ihre Gefühle mit vereinzelten Beiträgen auf Instagram zeigt, können nicht alle nachvollziehen. Meine Trauer wird immer wieder kritisiert. Menschen denken, es gibt nur eine Art von Trauer und genauso sollte ich trauern, sagt sie im Gespräch. Doch es kommt noch schlimmer, ihrer Freundin Christina Eppelgeit offenbart sie im Podcast. Tatsächlich gab es auch Kommentare wie, ich sei eine Psychopathin. Eine wirklich liebende Mutter hätte sich nach so einem Schicksal auch umgebracht. Jessica Klebser fühlt sich gedrängt, sich zu verteidigen. Diese Worte können nur für ein Setzen sorgen. Jedem muss klar sein, wie sehr Jessica Klebser leidet, doch folgende Worte machen dies mehr als deutlich. Ich glaube, jede liebende Mutter weiß, dass mein Herz gebrochen ist. Ich muss das niemandem beweisen. Ich sitze oft genug in meinem Badezimmer und weine stundenlang. Das geht aber niemanden etwas an und ich muss das auch nicht posten. Dem können wir uns nur anschließen und finden Jessica Klebsers Haltung bewundernswert. Sie verrät außerdem, welche Gedanken sie trösten. Ich tröste mich immer wieder mit dem positiven Gedanken, dass meine Töchter sich so sehr lieb gehabt haben und Christian sie auch so sehr liebte. Sie sind alle zusammen. Er kümmert sich heute um sie, bis ich irgendwann dazu komme. Er kümmert sich heute um sie, bis ich irgendwann zu einem Schuss.